Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 27.120 US-Dollar. Wenig Veränderung schon den ganzen Morgen, deswegen kein Update heute Morgen. Alles blickt natürlich gespannt auf den Fett-Zinsentscheid heute Abend. Wir werden natürlich live gehen. Heute zwischen 19 und 19.15 Uhr werde ich dann auf jeden Fall live auf YouTube sein. Also für alle, die Bock haben heute Abend, schaltet gerne ein. Wir werden uns auf jeden Fall die Zahlen angucken, was rauskommt. Und wir werden auch jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf schielen und natürlich auch auf den Bitcoin-Kurs. Aber die Rede heute Abend brauchen wir uns nicht geben, weil dieses dumme Gelaber, was da immer danach ist, ganz ehrlich, können wir drauf verzichten, drauf scheißen. Deswegen, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video trotzdem schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drinnen. Und Jan von BingX hat gerade auch noch ein Event, finde ich ganz cool, reingepostet. Für alle, die bei BingX registriert sind oder noch keinen Account haben, meldet euch gerne an. Könnt ihr einen Preis schätzen. Also für alle, die es dann richtig schätzen, anscheinend 50 USD-Team momentan nach jetzigem Stand. Könnt da gerne mitmachen, habe ich gerade gesehen. Finde ich sehr, sehr nice die Aktion. Deswegen auch mal hier ein Like gerne dazu da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Wie gesagt, Bitcoin bei 27.100 USD. Ich habe es gerade schon angeteasert. Alle blicken auf den FED-Zinsentscheid. Und der ist heute Abend um 20 Uhr. Man geht davon aus, dass die Zinsen im Endeffekt genauso bleiben, wie sie vorhergesehen wurden. Und auch da können wir mal ganz kurz auf die CME Group schauen. In 5 Stunden ist es soweit, was momentan geschätzt ist. Und der Markt geht von 99%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass im Endeffekt alles beim Alten bleibt. Das hat der Markt eingepriesen. Natürlich, wir haben letzte Woche gesehen, die WPI-Daten sind leicht gestiegen. Vielleicht sagt Paul danach nochmal irgendwas. Aber er sagt immer, und da könnt ihr jetzt ein Trinkspiel wieder draus machen. Ja, die Inflation ist immer noch zu hoch. Wir müssen abwarten. Bla, bla, blie, blub, ich hasse Krypto. Sowas in der Art würde ich auf jeden Fall sagen. Und ansonsten, was hat es für Auswirkungen möglicherweise auf den Bitcoin-Preis? Also wir sehen momentan sehr, sehr wenig Bewegung. Interessanterweise haben wir uns gestern mehrmals diese Hochs hier oben abgefischt. Bei ungefähr 27.400 US-Dollar. In der Spitze ging es auf knapp 27.500 US-Dollar. Hatten sogar einen minimalen Close darüber. Also grundsätzlich ist die ganze Sache eher ein bisschen bullischer. Das Problem an der Sache ist das Volumen. Und das stört mich momentan. Wir haben natürlich ein Open Interest, was dazu gestiegen ist. Das ist auch wiederum ehrlich gesagt ein bisschen bullischer. Weil wenn die Preise steigen und das Open Interest steigt, grundsätzlich gut. Wir haben aber nach oben hin. Und das ist das, was uns heute Abend ein bisschen zum Verhängnis werden könnte. Wir haben die letzten Tage immer wieder über diese Marke hier oben gesprochen. Vergesst diesmal, das machen wir mal ganz kurz raus. Über diese Marke von 28.300 US-Dollar. Da könnte uns das heute Abend noch hinziehen, bevor wir dann möglicherweise wirklich nochmal einen Abverkauf sehen, der uns dann auf 25.000 US-Dollar runterbringt. Weil solche Events werden gerne genutzt. Die letzten Male eher weniger. Aber es wird immer gerne mal genutzt, dass man hier versucht, erst nochmal entweder Shorts oder Longs zu killen. Und dieses Szenario kann ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben hier oben noch die Ineffizienz auf den 1-Stunden-Chart. Wir haben hier noch ein signifikantes Hoch mit sehr, sehr viel Volumen. Und hier diesen kleinen Bommel, den können wir jetzt erstmal ein bisschen hier außer Acht lassen, weil er schon fast abgefischt wurde. Aber das ist so eine Alternative, die ich mir heute Abend sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich bin momentan in keiner Position drin. Ich werde mich auch vorher erst einmal nicht positionieren. Auch nach der Rede erst einmal nicht. Wahrscheinlich dann eher morgen. An sich von den Bewegungen waren sie eigentlich relativ schlüssig. Wenn wir mal so einen FIP immer wieder mal hinziehen, sehen wir, okay, wir sind hier ans Golden Pocket gekommen. Wir haben es 0786 dann nicht durchbrochen. Wenn wir dann die nächste Bewegung genauso wieder ziehen, von dieser Bewegung aus bis zu unserem Top auch hier ins Golden Pocket rein. Und so können wir das ganze Spiel erst einmal so ein bisschen fortsetzen. Also immer wieder das Golden Pocket als Support. Man hat hier versucht, die ganzen Ineffizienzen schnellstmöglich wieder zu schließen. Und seitdem haben wir hier eben eine größere Seitwärtsbewegung. Ich vermute, weil hier oben drüber jetzt eine Menge Liquidität eben liegt, dass wir uns diese heute Abend noch holen werden. Short, wie gesagt, ist für mich erst hier oben das Cluster ab 28.3 interessant. Vorher ist mir das Ganze komplett zu risky. Und Long Position bleibe ich auch erst einmal bei dem Szenario hier unten. Diese Marke 25.6 ist für mich momentan eher das Wahrscheinliche. Das heißt, grundsätzlich wäre das heute Abend erst einmal bullisch, wenn wir diesen P kriegen. Wenn wir danach abverkauft werden, wird es interessant zu sehen sein, wo der Markt möglicherweise stoppt. Das sind natürlich alles nur Vermutungen, wie es heute Abend läuft. Aber ich bin da erst einmal fein raus. Ihr wisst, ich bin momentan eher ein bisschen aktiv auf Stockindizes. S&P 500 gestern das Golden Pocket angetestet. Ihr seht hier das Setup ganz gut aufgegangen. Nasdaq auch das Golden Pocket angetestet. Und Gold ist auch oben, aber am oberen Rand des Golden Pockets als Widerstand angekommen. Also wir sind an sehr, sehr interessanten Zonen. Und wenn wir uns den DXY auch noch dazu angucken, da kommen auch derzeit kaum noch Impulse. Also der DXY könnte jetzt heute, dass wir sagen, okay, diesen Preisbereich hier oben werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr holen. Das war eigentlich so dieser Bereich, wo wir gesagt haben, okay, das ist eine Möglichkeit. Den haben wir abgefischt, dass wir jetzt hier erst einmal so einen leichten Bruch kriegen und die Aufwärtsbewegung, dass die DXY dann heute Abend erst einmal sein Ende findet. Aber schauen wir uns, wie gesagt, alles heute Abend an. Wie gesagt, trade-technisch wäre ich jetzt erst einmal vorsichtig. Ich würde nichts machen für mich. 28, 3, 6, äh, 25, 6, das sind die Marken. Ansonsten hören wir uns heute Abend 19 Uhr, 19 Uhr 15 und dann schauen wir, was bei den Zahlen rauskommt. Natürlich auch mit euren Altkönnenwünschen. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich freue mich auf viele, die heute Abend wieder dabei sind. Wir hören uns später wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.